Herzlich Willkommen, liebe Internetfreunde, zu einer neuen Rosinenbomber-Podcast-Folge. Meine Wenigkeit ist Mike Reinhardt, Peter Adler. Zu meiner Rechten haben wir... Der Rob. Und zu meiner Linken haben wir den einzigartigen... A. Zu dem J. A, zu dem J. Jungs, ihr habt euch ein Thema ausgesucht, von dem ich nicht so viel Ahnung habe, zu dem ich auch nicht so viel sagen kann. Aber ich höre mir gerne eure Expertenmeinung dazu an. Okay, jetzt kommen die Experten. Bäm, 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 bäm. So, das Thema wäre was? Transhumanismus. Transhumanismus. Hat nichts mit Transformer zu tun, hat nichts mit Transvestiten zu tun. So wie ich das verstanden habe, hat es was mit Menschen zu tun, beziehungsweise mit der Entwicklung von Menschen, die halt in die nächste Stufe gehen. Zum Beispiel Technologie und Mensch verbindet sich ja irgendwann immer mehr. Heißt, was wäre, wenn du oder wenn die Menschheit es schafft, ihr Bewusstsein runterzuladen, das Bewusstsein an sich, in eine Cloud zu speichern und zum Beispiel zu transferieren in einen Server oder in einen neuen Körper. Brich, humanoider Körper, du könntest ewig leben. Das ist so Elon Musk Level, ne, woran die arbeiten. Oder halt andere, die da sehr viel Geld investieren. Und das wäre so, kennt ihr die Kardaschow-Skala? Nee. Kardaschow, das waren Russe. Der hat die Menschen in Typen eingegliedert. Typ 1, Mensch Typ 1, Typ 2 und Typ 3. Typ 1 ist quasi, da haben wir es geschafft, auch energetisch so zu leben, dass wir Sonnenenergie nutzen können und so weiter, dass wir nicht abhängig sind von natürlichen Ressourcen mehr. Typ 2 ist, wir können Energie aus den Sternen ziehen. Typ 3 ist, wir beherrschen die Galaxie. Genau. So, und das wären die Ebenen, die Stufen, die die Menschen durchwandern. Wir sind gerade bei Typ 0,7. Typ 1 wäre quasi schon, dass wir halt wirklich energetisch halt wirklich vollkommen autark sind. Von unserem Stern, unserem Stirn quasi die Energie nehmen können. Weil das brauchen wir ja nämlich auch für diesen transhumanistischen, sag ich mal, Step. Weißt du, wir brauchen ja viel Energie. Wenn wir Kohle haben und Öl, das reicht ja dafür nicht. Das schaffen wir nicht, um in die nächste Stufe zu kommen. Interessanterweise ist aber, geschichtlich gesehen, wenn immer was Großes entstanden ist, also ein großer Fortschritt der Menschheit, entstand immer ein großer Krieg. Wenn man es mal so sieht, ist es gar nicht so abwegig, weil bei der Industriezeit, Alter, was kam? Der Erste Weltkrieg erst mal, wo die Industrialisierung losging. Das war ja der größte Step, den es dann davor, also nach dem Mittelalter quasi gab, war ja, Maschinen auf einmal sind am Start. Jetzt sind wir bei dem Step wahrscheinlich Transhumanismus, wenn man nur über das spricht. Ey, du kannst dein Bewusstsein in deinen Körper reinladen, du kannst doch nicht ewig leben. Du könntest halt wirklich auch die Sterne auch wirklich mal wirklich durchs Weltall pesen, weil dein Körper wird halt nicht alt, ne? Ja, aber es ist wirklich erstrebenswert. Voll geil. Findest du es wirklich? Irgendwie feier ich das. Es gibt viele, die das halt total Angst davor haben, auch viele Schwurbel habe ich mal gesehen. Wie gesagt, wir sind ja alles keine Experten, ich habe sie auch in der Oberfläche betrachtet, die davor Schiss haben und das von der Regierung geplant ist und bla bla, weißt du diese Geschichten. Aber ich glaube, der Mensch, der sehnt sich. Guck mal, der Mensch will ja irgendwie, ne? Und sterblich werden, weil die Krankheit schlechthin ist, alt werden. Der Tod, ja. Alt werden ist eine Krankheit. Der Körper altert, diese Telonomere, die spalten sich immer mehr und irgendwann hören sie nur auf, sich zu spalten. Und das bedeutet, du wirst alt. Die Zellteilung erfolgt nicht mehr. Und die gehen ja da schon mit, weißt du, mit Biohacking, wollen sie auch da schon rangehen. Also der Mensch zielt ja schon lange dahin, hey, ewiges Leben. Jungbrunnen. Jungbrunnen. Das hast du ja auch schon immer so gehabt, ne? Ja, deswegen haben die Menschen ja auch Geschichten erfunden, wie, keine Ahnung, dass du was trinkst, du bleibst ewig jung. Oder das goldene Vlies, ja, sondern die Augenauten und so. Die haben ja auch Jagd gemacht nach der ewigen Jugend und so weiter, ne? Göttergeschichten und so weiter. Und ich glaube, das ist so, ist schon in den Menschen drin, dass die sich irgendwie danach sehen, auch ihr Leben zu verlängern. Vielleicht nicht ewig, ewig, aber vielleicht so tausend Jahre. Oder 500 Jahre. Weißt du, weil das Alter ist ja so begrenzt. Du bist 120, glaube ich, geht's, oder 124, körperlich. Weiter geht's nicht, körperlich. Der Next Step wäre, du müsstest ja irgendwie was mit deinem Körper irgendwie augmentieren. Oder auch Transhumanismus wäre, du hast binomische Arme und binomische Beine. Hat nicht gerade jetzt Elon Musk-Firma den ersten Menschen so einen Chip implementiert? Habe ich gerade gelesen. Der festet das ja. Genau, ja, ja, das weiß ich, aber ich glaube, es ist jetzt gerade irgendwie passiert. Ja, der will auf jeden Fall, sein Ziel ist ja, Bewusstsein wirklich runterladen hier, ne? Dann bist du da drinne und dann kannst du es halt... Aber ich meine, wenn man es jetzt mal eher so aus der theologischen Sicht betrachtet, ist es nicht ein bisschen so der Trumbau zu Babel. Nimrod legt sich mit dem Herrn Schöpfer an und versucht, ihn zu übertrumpfen und wird dabei scheitern. Also es klingt halt alles so ein bisschen so nach dem Motto, ja, meine Arme sind lang genug, um gegen Gott zu kämpfen. So, weißt du, so ein bisschen. So, verstehst du? Ich verstehe das. Ich kann da hochboxen, wenn ich will. So, verstehst du ein bisschen, was ich meine? Aber, Dicker, stell dir mal vor, wir haben das Problem altern oder beziehungsweise eine alterne Gesellschaft. Oder die Menschen machen keine Kinder mehr. Dann wäre das Problem ja gelöst damit. Weil du wirst einfach immer da sein. Nee, was ich vielleicht erstrebenswert finden würde, okay, das sag ich anders, nee, nicht erstrebenswert finden würde, aber was vielleicht ganz toll wäre, ist, wenn so die klugen Geister nicht sterben würden, eine Zeit lang. Damit sie noch klüger werden? Wie bitte? Damit sie noch klüger werden? Nee, damit sie, also sagen wir mal, Albert Einstein, wenn der einfach mal jetzt 100 Jahre mehr gelebt hätte, was hätte der uns an Technologie, an Wissen noch rausgebracht? Was aber, wenn sein Limit, seine Gleichung war, E gleich M mal C Quadrat, das war's, mehr, mehr, weiter? Okay, dann Stephen Hawkins oder, keine Ahnung, es gibt ja, oder Tesla oder so, also so eine genialen Menschen, so, wenn die einfach 200 Jahre mehr gelebt haben. Ich stelle mir auch öfter die Frage, was passiert, wenn wir jetzt keinen Krieg hätten? Also in wie vielen Kriegen Erfinder gestorben sind? Oder vielleicht hätten wir Krebschen längst bekämpft, ja, wenn man das in Paralleluniversen irgendwie rausgefunden hätte, dass dieser eine Soldat, der da an der Front war, das eigentlich geschafft hätte, so ein Gegenmittel irgendwie zu erfinden. Aber es ist leider gestorben im Schützengraben irgendwie im Ersten Weltkrieg. Schade, wir werden dann alle am Krebs irgendwie sterben. Also was ist für weitreichende Folgen? Ja, Krankheiten werden auch. Also du meinst, es wäre zum Beispiel cool, wenn man, also was du jetzt vorhin gemeint hattest, wenn man die schlauen Köpfe, die wirklich die Gesellschaft und egal, ob es wissenschaftlich, ob es Geisteswissenschaften sind oder wie auch immer, gesellschaftlich vorangebracht haben, dass man die quasi unsterblich macht. Aber stört man denn nicht den natürlichen Zyklus des Neuen, dass sich was Neues entwickelt? Weil, wie wir ja vorhin auch besprochen haben, es gibt ja immer dieses stürmerische und drängerische der neuen Generation, die neu anpacken möchte, neue Sachen erfinden möchte und sich von dem alten Leben lösen möchte. Und wenn du da jetzt irgendwie so Intelligenz-Ikonen am Leben hältst für die Ewigkeit, kann das nicht auch, ich sag mal, nicht nur hinderlich sein, etwas Neues zu erfinden oder den nächsten Step zu machen? Ja, aber du könntest ja auch sagen, es ist ein super Anreiz für die neue Generation, auch dorthin zu kommen, um dann auch mehr Zeit zu bekommen, um größer zu werden. Also, ne, also... Was mit den Ewig-Hungrigen? Ja, aber was ist zum Beispiel, ja, aber was ist zum Beispiel, wenn, ähm, ich meine, ich meine, Freud hat zum Beispiel auch in der Psychoanalyse extrem viele, die Traumdeutung und so, und so total viele, ähm, ähm, wie sagt man dazu, Errungenschaften gehabt, so, ne? Aber es gibt jetzt auch einen Haufen mehr Theorien, die darauf aufbauen oder die das versuchen zu widerlegen und so. Und, ähm, was ist, wenn es denn andere intelligente Menschen gibt, die sagen, okay, was jetzt zum Beispiel einem Freud in der Psychoanalyse, äh, erkundschaftet hat, stimmt nicht mehr ganz so 100 Prozent. Also, ähm, wer hat jetzt mehr Recht, wer hat jetzt überhaupt das Dasein, dieser Daseinsberechtigung auf Ewigkeit? Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, klar. Weil, den könnte der Neue sagen, ja, das ist nicht mehr gültig, jetzt können wir den eigentlich ausschalten, wo jetzt, äh, lass mal bitte mein, äh, kypernetisches Ewigkeitsprogramm weiterlaufen. Ja, geil. Können wir jetzt ausschalten, oder? Das ist ein geiler Film, eigentlich. So, äh. Eigentlich ein geiler Film, ja? Das ist schon nicht schlecht, wa? Ja, na klar, vielleicht ist man auch irgendwann lebensmüde. Weißt du, dass man das lebensmüde ist, ne? Das wird es wahrscheinlich auch geben, sicherlich. Aber ich denke mir, es gibt einige, die sagen, voll geil, ich werde dann 5000 Jahre alt dadurch. Ich glaube, es kommt darauf an, ob deine Liebsten auch mitgehen. Ja, auch wer ist dabei noch, natürlich, klar. Ja, aber wie gesagt, es gibt auch Menschen, die sagen, ey, geil, ich kann durch, dann interstellar durchs Weltall reisen, weil der nächste Stern ist die Andromeda oder Alpha Centauri, nee, ich glaube, Alpha Centauri. Genau. Du bräuchtest, du müsstest 6418 Jahre unterwegs sein, um dorthin zu gelangen. Also, ich will nur mal sagen, Leute, hier, äh, Robert ist unser heimlicher Astrophysiker. Der hat voll den Plan, ey. Wenn du mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs bist, wenn du mit Lichtgeschwindigkeit, aber du kannst ja nicht unterwegs sein mit Lichtgeschwindigkeit, weil dein Körper will dich ja zersetzt in der Hand, der Gehkräfte, das gibt's ja nicht. Aber als Maschine oder als Cloud könntest du durch die Galaxie reisen. Das wäre ja eine Möglichkeit. Also, ich glaube, Alpha Centauri ist vier Lichtjahre entfernt von uns, der nächste Stern. Ja, du wärst so lange unterwegs. Genau. Vier Lichtjahre. Das ist eine lange Zeit. Welcher Körper hält 6500 Jahre aus? Keiner. Also, das heißt, um das zu überbrücken, müsste man ja irgendwie da was machen, weil Kryostase, also Kälteschlaf, ist eine blöde Option. In Science-Fiction-Filmen sieht man das. Übrigens, Walt Disney hat das gemacht. Habt ihr das gewusst? Was? Der hat seinen Körper Kryostase gelegt in Kälteschlaf, seinen Leichnam, und hat gesagt, also, er hat dann niedergeschrieben, warum er es gemacht hat, er hofft, dass in Zukunft man ihn wiederbeleben kann. Walt Disney. Nur mal so. Also, sein Körper ist irgendwo auf ein Eisfach gelegt. Haben, glaube ich, viele gemacht zu der Zeit. Zwar in den 80ern. Ich weiß nicht, wann, wo Disney gestorben ist. 60er. Achso, krass. Aber in den 80ern habe ich davon gehört, dass viele Prominente das gemacht haben. Dass sie halt hoffen, die waren jetzt schwer krank, und die haben halt gehofft, dass dann ein Gegenmittel quasi entwickelt wird für diese Krankheit. Aber durch diesen Transhumanismus werden Krankheiten ausgemerzt quasi, weil krebst ja und bist halt... Naja, aber vielleicht wird man Viren. Bist du T-800. Andere Viren. Ja, bist halt Computerviren. 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 Trojana, hast du einen Trojana. Ja. Also, also, das ist ja eigentlich die Transformation, wenn wir so Cyberpunk-mäßig so von Menschen zur Maschine oder... Also, das Zwischenstück ist dann quasi so der Cyborg oder die Mischung aus Menschen-Maschine sozusagen. Sowas, genau. Oder künstliche Intelligenz und Mensch zusammen, gibt es ja auch dann eine Verbindung. Aber da läuft es ja genau hin, ja. Ja, aber guck mal, ich meine, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, aber du hast ihn auf jeden Fall gesehen, Ghost in the Shell, ne? Oh, yeah. Ghost in the Shell, das ist ja das Thema von Ghost in the Shell, ne? Mit Major, die quasi eigentlich ein Cyborg ist sozusagen, ein kybernetischer Organismus sozusagen, aber so menschlich ist, dass, ähm, also sie als Person irgendwann mal daran zweifelt. Ich glaube, sie glaubt ja, dass sie ein Mensch ist und findet dann heraus, sie ist gar kein Mensch, sie ist nur eine Maschine. Sie weiß, dass sie eine Maschine ist. Sie ist eben auch in der Entwartung. Genau, sie weiß, dass sie eine Maschine ist, genau, aber identifiziert sich immer mehr als Menschen. Genau, so war das gewesen. Identifiziert sich immer mehr als Menschen. Ist das nicht ein bisschen scary? Also, wenn man den Menschen quasi immer mehr in eine Maschine verwandelt, also eigentlich immer mehr im Menschlicht, um ihn unsterblich zu machen, dann reden wir ja nicht mehr von dem Menschen. Nee, weißt du, was ich voll interessant finde? Also, Menschen werden immer ein bisschen mehr wie Maschinen und Maschinen werden vermenschlicht durch KI, durch Gesichtszüge und so weiter. Dann wird ja irgendwann mal diese Frage aufkommen, weil wir doch letztens in der Folge über KI und über Roboter und so weiter geredet haben, dass eventuell dann Roboter Rechte bekommen und so weiter. Dann wird sich dann irgendwann die Frage stellen, ab wie viel Prozent irgendwas ist man denn Roboter und was macht den Menschen aus? Also, diese Frage muss ja die Ethik sich dann irgendwann mal stellen, damit man halt sagen kann, okay, du kannst weiter arbeiten und du hast aber das Recht auf Urlaub oder wie auch immer, ne? Ja, also, wann schalten sich Menschenrechte ein und wann schalten sich Menschenrechte aus? Genau. Ist das dann auch Mord, wenn eine Maschine an einer Maschine umbringt? Ja, aber wenn eine Maschine AI-mäßig so super, also so KI-mäßig so super intelligent ist, dann können sie ja auch, der Mensch hat den Vorschlag machen, okay, ihr habt Menschenrechte, wir wollen Roboterrechte haben. Ja, ja, genau. Verstehst du so? Und was wiegt denn mehr hier? Genau. Ja, der Leistungsträger und wenn der Leistungsträger die Roboter wären, weil ohne die Roboter die Menschen nicht lehnen könnten, dann wären es wahrscheinlich eher die Maschinen, weil du bist abhängig von denen. Du kannst ja eh nicht, du bist Biomasse für die. Ja, ja, weil die Roboter sagen sich dann irgendwie, okay, ihr habt Menschenrechte, wir wollen Roboterrechte haben und ihr denkt, ich lehne über uns, okay, ich glaube, wir müssen Krieg führen. Genau. Plus, wir müssen erstmal festlegen, welche Rechte hier über welchen Rechten reden. Nee, aber bei Roboter versuchst du so hautähnliche Sachen draufzumachen, Augen reinzumachen, damit das menschlich aus dem Gesichtszüge und so weiter, ne, versuchst du alles zu vermenschlichen und da drunter ist aber ein Konstrukt von Maschinenteilen und so weiter und dann hast du halt Menschen, die Arme und Beine verlieren, die dann... Ja, aber weißt du warum? Weißt du, warum man diese Körper quasi baut? Damit du halt auch später Transhumanismus dann halt dein Bewusstsein in so einen Körper reinladen kannst, dann siehst du menschlicher aus. Also, quasi irgendwann dann wie ein Mensch, hast aber eigentlich natürlich bionische Arme und Körper und kannst halt auch aussuchen, die Idee ist auch aussuchen, wie man aussieht. Jetzt super bei Terminal. Ach, das stimmt. Und dann kannst du auch halt natürlich XY-mäßig halt so, ja, ich will jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Frau sein und so aussehen. Das wäre dann möglich. Also, eigentlich leben wir doch... Boah drauf. Eigentlich leben wir doch... Crazy, ne? Aber das ist die Idee. Guck mal, wenn du jetzt weißt, guck mal, wenn du jetzt weißt, so Knieprobleme, Bandscheibe, diese ganze Sache. Das hast du alles nicht mehr. Selbst wenn du nicht ewig lebst. Aber du hast zumindest vielleicht keine Schmerzen mehr, so. Nicht Schmerzen? Du kannst dich nicht normal bewegen als 80-Jähriger und kannst ganz normal laufen und musst nicht so... Aber weißt du das Leben nicht viel mehr zu schätzen, wenn du Schmerzen hast, wenn du Limitationen hast, wenn du weißt, okay, du, wenn du dich so und so ernährst, dann wirst du halt fett und ungesund. Wenn du dich so und so ernährst, bleibst du gesund. Wenn du, verstehst du, ist das dadurch nicht das Leben mehr lebenswert? Ja, aber bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich das jetzt mit 45, fast 46, ja, erst kennengelernt habe. Ich mir aber gewünscht hätte, ich hätte es schon vor 20 Jahren gewusst quasi. Und jetzt, ich ja mit meinen Gebrechen leben muss, die ich habe. Verstehst du? Ich habe ja Raubbau an meinen jungen Körper gemacht, genau, durch Sport, durch irgendwelche Umzüge, durch irgendwelchen Schrott, den ich gemacht habe, ja. Und jetzt habe ich hier meine Gebrechen. Wenn ich morgens aufstehe, denke ich, mich hat ein Laster überfahren in der Nacht, ja, oder die haben mich die Piste runtergeschmissen oder so, keine Ahnung. Naja, okay, Mann. Ja, ja, gut. So, also ich fühle mich auf jeden Fall immer krass. Ja, das wäre dann ein Passé, aber auch was mit der Liebe, weißt du generell dann auch, oder sexuelle Bedürfnisse verlangen, die wären ja auch weg quasi. Ich denke, die wären ausgeschaltet. Und deswegen meine ich ja, bei sowas braucht man nicht mehr sprechen über Bevölkerung, weil die ist dann regulierbar und veränderbar auch. Ey, uns fehlen ein paar, lass mal ein paar bauen. Ja, aber wenn euch mal aufgefallen ist, so, wir leben seit einigen Jahrzehnten in einer Welt, jetzt besonders hier in der westlichen Welt, wo die Industrie immer mehr darauf ausgerichtet ist, den Menschen zu ersetzen. Ja, wir leben in einer Menschersetzungsgeneration und in einer Industrie, die immer mehr, guck mal, wenn du dir mal überlegst, fangen wir mal bei Sex an, Sexspielzeug, ja. Hatten wir schon, ja. Oder Gummipuppen oder Dildos oder, das sind alles Surrogato-Menschen, also es ist alles ein Menschenersatz, ne. Das ist halt quasi, du hast jetzt irgendwie nicht den Partner, den du willst oder bist alleine oder wie auch immer oder du willst keinen Partner haben. Okay, dann kaufst du dir ein Gerät, das diesen Partner oder die Tätigkeit, die eigentlich ein anderer Mensch übernimmt, ersetzt. So, verstehst du? Verstehst du, ist ja so. Der Thermomix. Das ist eine Küche, Alter. Und das kannst du ja durch, das zieht sich ja durch die komplette Gesellschaft und durch alles und jedem, so, ne. Und dass wir jetzt überhaupt soweit sind, dass wir über Transhumanismus reden und dass das vielleicht irgendwie erschreckenswert ist oder super interessant ist. Ist das nicht ein bisschen erschreckend, Jungs? Ich finde das, ehrlich gesagt, voll nice. Maschinen übernehmen unsere Arbeit. Also, wenn ich so weit wäre, das noch zu erleben überhaupt, weil ich glaube, wir werden das wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber wir erleben die Schritte dahin. Ja. Wir erleben ja die Schritte dahin, dass es dahin geht, das wird passieren. Aber ganz im Ernst, ich würde auch gerne voll gerne durchs Weltall reisen. Weil so kann ich es nicht, wir schaffen das nicht, weil unser Körper das nicht aushält. Allein die kosmische Strahlung, du kriegst Krebs des Grauens da draußen, wenn du zu lange da bist. Das ist einfach so. Weißt du, ein Sonnensturm und wir sind weg. Ja. 1859 gab es einen Sonnensturm übrigens, den letzten, der größte, der gemessen wurde. Das hat sich vorhin durchgebraunt alles. Und da gab es ja gerade mal Stromleitungen, aber noch kein Telefon etc. Da sind ja auch diese, da haben wir... Telegrafen-Dinger. Alle ausgefallen, es gab es Waldbrände. Überleg mal, wenn so ein Ding jetzt hier reinballert. Also, mein Naturwissenschaftslehrer, ich habe einen Naturwissenschaftslehrer, den habe ich letztens getroffen. Der ist jetzt auf Rente, den kennst du übrigens auch, ich will den Namen jetzt nicht sagen. Ich kann ihn sagen, wir können ja piepen, ne? Ja. Ja. Habe ich getroffen. Und der meinte zu mir, ja, ich habe ihn gefragt, was so die größte Bedrohung ist. Er meinte, die Sonne aktuell. Er meinte, die Sonne, er beobachtet ja die Sonne, er hat ja immer Sonnenteleskop. Ich tut die NASA auch, ja. Er meinte so, die Sonne ist gerade so extrem aktiv, so haben wir sie noch nicht gesehen. Und wenn der Sonnenflair in unsere Richtung kommt, dann haben wir Steinzeit wieder. Ja, das ist der kleine Exkurs daheim, weil es gibt Satelliten, drei Stück, die aktuell die Sonne auch beobachten. Ich bin ja auf der NASA-Seite und ziehe mir den Scheiß auch mal rein. Man muss sich vorstellen, die Sonne hat gerade Grippe. Man muss es sich so vorstellen und deswegen hat die Sonne sehr viele Flecken gerade und diese Flecken sind instabil und dann hustet die Sonne und dann entstehen diese Sonnenstürme. Diese elektromagnetischen Bellen und wenn sie die Erde treffen, unser Magnetfeld ist stark genug, die Leichten abzublocken und die erscheinen dann halt als Polarlichter. Das sind dann diese Polarlichter. Wenn sie aber stark sind, hier durchplanen, wie im 18. Jona, da ist es jetzt gerade aktuell vorbei, weil wir sind elektronisch mit allem gekoppelt, alle Satelliten würden abstürzen. Das ist schockockockock. Kein GPS mehr, nichts mehr. Das Problem ist wirklich auch die Satelliten, die wir oben haben und so weiter. Die fliegen dann ab, Alter. Alles richtig krass. Und er meinte, wenn das passiert, sind wir in der Steinzeit. Und davor hat er gerade große Sorge, weil die Sonnenaktivität extrem hoch ist. Also nicht so, wie sie sich das errechnet haben. Die hat ja so einen Zyklus, alle elf Jahre ist so ein Sonnenzyklus, ist die weniger aktiv und geht in die aktive Phase rüber. Und jetzt haben wir gerade eine sehr, sehr aktive Phase und es ist extrem unangenehm, sodass wir sogar Polarlichter in Deutschland sehen können. Aber es ist nicht vielleicht deswegen auch gerade, weil generell, das Sonnensystem ist ja irgendwann, aber auch erst in den Milliarden Jahren sowieso hier vorbei. Ist ja klar, weil die Sonne sich aufbläht zu einem roten Riesenwirt und dann bis zum Venus alles einnehmen wird und dann ist es vorbei. Und dann wird es zum weißen kleinen Zwergplaneten, aber egal. Und dann dadurch bedingt, dass die Menschheit ja weiter fortschreiten will und leben möchte, ist doch dieser Step eigentlich erforderlich. Sich so körperlich zu verändern. Boah, meine Jungs, ich bin ja hier wieder mit Apokalyptikern zusammen. Nein, nein, nein. Meinst du, mein Gott. Wir reden ja über Millionen von Jahren. Ist so, wir müssen das machen. Über Millionen von Jahren muss der Mensch sich ja so weiterentwickeln, dass er auch, wenn wir existieren sollten, auch in Millionen von Jahren, muss der Mensch das ja machen, damit er in andere Galaxien reisen kann, um dort wieder fortzubestehen. Also er muss sich weltraumtauglich machen. Nicht mal an anderen Galaxien, es reicht ja erstmal, in unserer eigenen Galaxie einen anderen Stern anzupeilen, der länger lebt. Ja. Und wir sind ja gerade dabei, das alles zu kategorisieren, wo ist ein Planet in habitabler Zone, der Wasser mit sich fühlt, wo Sauerstoff ist. Das macht der Kepler. Das gucken wir uns ja alles an. Das macht der Kepler. Genau, das gucken wir uns alles an und wir finden ja immer mal wieder erdähnliche Planeten und so weiter. Und wir müssen da hin, das geht nicht anders. Ansonsten sind wir in einer Milliarden Jahre oder zwei Milliarden oder fünf oder keine Ahnung, wie die Sonne jetzt noch wird, sind wir tot. Gut, naja gut, aber ich meine, was passiert mit den Resten der Menschen, die halt nicht die Möglichkeit haben, sich dem Transhumanismus anzuschließen? Ich meine, es wird ja, ich glaube... Aber wir reden wirklich weit jetzt erstmal, ne? Also wir haben jetzt echt extrem weit ausgeholt. Was wäre, wenn wir dann weg müssen von hier, weißt du? Weil es ist ja einfach nicht möglich. Wir müssen irgendwann weg, das ist sicher. Genau. Naja, aber ist es nicht die Frage, ob, ob, äh, haben wir, ich meine, haben wir ein Recht darauf, einen anderen Planeten zu besiedeln? Ich sag mal einfach nur, ne, ist es nicht, ähm, vielleicht auch vorbestimmt, dass wir hier denn auch unser Zeit, also das Zeitliche segnen sollen? Es gibt ja auch, ähm, diese, Robert wird das wissen, wenn man so N24 und so weiter guckt, dann kennt man das. Ähm, es gibt ja so ne, so ne, so ne Gleichung, dass der Mensch es wahrscheinlich gar nicht schaffen kann, weiter rauszukommen, weil wir uns durch Kriege oder durch Umweltkatastrophen vorher schon ausgelöscht haben quasi. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das machen, ist sehr gering, weil es ist schon Aufwand, sowas zu machen, so ne Galaxie zu besiedeln und so weiter, das ist, äh. Durch Terraforming ist ja auch so ein Gedanke von solchen Leuten wie Musk, ne, den Mars zu kolonisieren, durch Terraforming den umzuformen und erdähnlich zu machen. Aber Mars reicht ja nicht, wenn die Sonne hier irgendwann weg ist, dann ist der Mars auch weg. Also ist er auch wieder für den Arsch. Du brauchst ja zum Beispiel, äh, um sowas zu machen, um so ne Galaxie zu kolonialisieren, brauchst du ja, äh, Maschinen, die eigenständig sich selbst reproduzieren, sozusagen, die auf andere Himmelskörper landen, äh, Fabriken bauen oder wie auch immer und sich reproduzieren und dann weiterfliegen und so weiter. Also das ist, das ist krass und da müsste ja dann, äh, wenn wir wieder beim Transhumanismus sind, müssten ja dann irgendwann in diese Maschinen dann wieder unsere, unsere Daten rübergespielt werden quasi, ne. Unser Bewusstsein oder was auch. Genau, also das ist schon, aber ja, das ist der einzige Weg, dass die Menschheit überleben kann. Okay, aber eigentlich, also, aber dann reden wir aber auch nicht mehr von Menschheit. Da sind ja kein Menschen mehr. Aber. Was macht ein Menschen aus? Ja, ähm, ich glaube schon, dass, äh, Anatomie, Biologie, einen ganz, ganz großen, äh, Seelen und Bewusstsein auch. Auch, gehört aber auch, dass sie. Das Aspekt ausmacht, so ein sehr, sehr Seelen. Ja, klar, dann hast du die ganzen Sinne, aber es ist, glaube ich, die Kombination von beiden und nicht nur die Sinne, sondern auch dein Bewusstsein, ne. Also es ist halt, wie du denkst, weil deine Wahrnehmung, dann hast du deine Sinne, deine, äh, fünf, sechs Sinne, die du hast, ja. Okay. Und dann halt die Biologie oder vielmehr der, der anatomische Aspekt, das macht einen Menschen aus. Ja. Und dann natürlich auch das Wertesystem, ne, dass du. Aber das sind doch, äh, Sachen, also, ähm, Definitionen, die wir ja selber erstellt haben. Die können wir doch in 500 Jahren ändern. Dann ist halt ein Mensch, der, der Bewusstsein hat, oder? Nee, aber dann ist es kein Mensch mehr, weil wir uns als Menschen definieren aus den genannten Aspekten, dann sind wir das. So, wie wir ein Auto beschreiben. Ein Auto hat vier Räder, hat eine Karosserie, hat einen Motor, pipapo, ne. Du kannst denn jetzt nicht ein Auto, kannst jetzt nicht ein Fahrrad ein Auto nennen und die Definition umändern. Das heißt, dass wenn wir, wenn wir, ähm, uns transhumanitär dahingehend entwickeln, dass wir, keine Ahnung, irgendwelche Chips im Hirn haben und Organe austauschen und länger lebensfähig sind, so, ähm, dann sind wir keine Menschen mehr, glaube ich. Okay, aber dann könnte man ja einfach sagen, dann ist es, dann hat der Mensch das geschafft, quasi die Evolution, die wir früher hatten, dass wir von Homo, äh, vom Neandertaler und so weiter dann irgendwann Homo Sapiens geworden sind und so weiter. Dann haben wir diese Stufe jetzt dann selbst vollzogen, quasi. Homo Robotics. Wir haben die Evolution selbst, äh, vorangetrieben und sind halt die nächste Stufe dann geworden. Sind wir halt keine Menschen mehr, dann sind wir halt Menschen. Weil was auch, wenn ich... Ja, ja, aber dann sind wir, dann ist halt dieser, ich sag mal, der evolutionäre Lauf, ja, der Entwicklungslauf des Menschen, vom Urmenschen, Vormenschen, keine Ahnung, vom Neandertaler, pipapo, äh, bis zum Homo Sapien, ähm, das ist ja der Natur, es ist ein natürlicher Prozess, sozusagen. Ja. Der Transhumanismus wäre ja dann abgekopselt vom natürlichen Prozess. Und dann kann man ja auch nicht mehr von einem menschlichen, von einem menschlichen Entwicklungsschritt reden, weil es ist ein sehr artifizieller Entwicklungsschritt. Ja, aber gut, der Mensch an sich ist ja sowieso ein, 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 ein Lebewesen, was ja sowieso anders tickt als alle anderen, ne? Ne, der Mensch, also alles andere nutzt quasi die Umwelt, aber der Mensch ist der, der die Umwelt umändert, damit es für ihn passt, ne? Also das ist so komisch, also Tiere, die gucken, wo kann ich, wo kann ich meine Höhle reinbauen? Ach, da ist ein Loch, da gehe ich rein, das ist jetzt meine Höhle. Der Mensch sagt, okay, äh, ich baue jetzt hier ein Haus und mach die Straßen so und dann benutzt, ne? Wir ändern unsere, wir verändern unsere Umwelt und die Tiere halt nicht, die Tiere oder die anderen Lebewesen. Die leben mit der Umwelt. Die leben mit der Umwelt. Ja, ja, aber wir Menschen, wir Menschen sind ja auch Teil dieser, wir sind Teil der Vegetation, wir sind Teil der Evolution, wir können ja auch im Natürlichen, wir könnten eigentlich alle im Natürlichen in der Wildnis überleben. Solange du einen biologischen Körper hast, der halt so ist wie jetzt gerade. Genau, wir sind ja auch dafür gemacht, dass wir in der Wildnis überleben. Wir sind ja wie Tiere, ja? Also, also meiner Meinung nach, ja, du Dicker, also vor 400, 500, 600, 700 Jahren so, es gibt Leute, die halt, es gibt immer noch Naturvölker, die im Dschungel leben, so, verstehst du, seit Jahren? Ja, schmeißen Spächer und so durch die Gegend. So, die haben, die haben auch keinen, verstehst du, die haben keinen Bauchspeicheldrüsenkrebs und so, verstehst du, was ich meine? Also, die, die, bei denen, bei denen ist es, da funktioniert es, dass sie in der Wildnis überleben, so. Naja, sie überleben auf jeden Fall. Ja, aber was ich aber nur sagen möchte ist, wir... Ich schmeiß dir mein Handy mal zwischen, weißt du, was immer... Wir manipulieren, ja, aber wir manipulieren die Umwelt dahingehend, dass wir sie, dass wir sie nicht nur, ähm, zu unserem Nutzen, ähm, verändern, sondern wir, wir rauben sie auch aus, wir nutzen sie auch aus, wie sagt man dazu, wir plündern sie, sozusagen. Ja, genau, deswegen ist es ja auch wieder, deswegen ist es ja auch wieder kein wirklicher natürlicher Prozess. Genau, deswegen ist der Mensch sowieso schon anders, ja, also als, wir sind als Spezies... Nur so weit gekommen, weil wir die Sachen halt verändert haben, ne? Ja, also wir haben dann Höhlen irgendwie ausgebaut... Und wenn du so, wenn du so ummoduliertes Wesen dann bist, dann brauchst du ja keine Nahrung mehr. Dann bräuchtest du eigentlich keine Nahrung mehr, du bräuchtest halt Energie. Ja. Permanente Energie. Ja, Dyson-Sphäre irgendwo um die Sonne rum und dann... Dyson oder sowas, ne, so einen kleinen Kernfusionsreaktor hier eingebaut, der hält dann für ewig oder sonst wie, einfach mal so jetzt als Spinnerei, das brauchst du, aber du brauchst ja keine Nahrung mehr. Also müsstest du auch quasi da jetzt nicht die Natur weiter ausbeuten in dem Sinne, sondern, und du könntest halt auch Seuchen überleben. Ja, aber du, damit tötest du ja, damit tötest du ja die absolut, also wirklich die Quintessenz, äh, Quint, äh, Quint... Essenz? Essenz? Ja, die Quintessenz, okay, das ist jetzt so. Okay, des menschlichen Daseins. Des menschlichen Daseins, genau, eigentlich schon, ne, weil, weil du, du, äh, lebst ja auch dadurch, dass du isst, dass du schmeckst, dass es dir mal schlecht geht und dir wieder besser geht, dass du krank wirst und wieder gesund wirst, dass, weißt du, das ist ja, du nimmst ja, du nimmst ja wirklich die Quintessenz des menschlichen, der menschlichen Existenz nimmst du ja weg, um halt kein Mensch mehr zu sein. Also, du optimierst dich dahingehend, dass du kein Mensch mehr bist. Kennt ihr doch Future Armor, diese Show? Ja, ich hab's ja aber leider nie geguckt. Mit Bender, diesen Roboter, der ist ja mit Fry befreundet, so, ne, und dann stehen die da so in der Wohnung und wollen umziehen und dann sagt der Bender, also der Roboter sagt so, man, ich hab so viele schöne Änderungen mit dir in dieser Wohnung, öffnet sein Loch und schon sind sie gelöscht. So gelacht, weil so wäre es dann, wenn du deine negative Erfahrung hast, ciao, sitze weg, könntest du ja dann auch steuern, solche Sachen, Erfahrungen, negative, positive, die speicherst du ja ab, du könntest sie dann kontrollieren, abrufen oder halt auch komplett wieder löschen. Aber dann nimmst du ja auch den totalen Struggle weg, den Menschen haben, um, natürlich, ich meine, wenn man Mensch ist, hat man immer das Risiko, dass man scheitert, ne, das ist halt Teil des Lebens so, ne, du hast Ziele oder du hast Unternehmungen oder du bist mit Menschen zusammen und das funktioniert nicht, das ist ja Teil des Lebens, dass man scheitert, ne. Das ist aber auch Teil des Lebens, dass man wieder aufsteht und weitergeht und Erfolge hat so. Und ich glaube so, dieses Wechselbad der Gefühle und auch das Gefühl, einen Sinn zu haben, einen Grund zu haben, einen Antrieb zu haben, äh, für jemanden zu machen, auch mal Niederschläge zu haben, sich wieder aufzubauen, dadurch stärker zu werden so, das ist ja alles menschlich und wenn man der Transhumanist ist, dann fällt das alles weg, Alter. Das wäre, das fällt alles weg, Mann. Joe Rogan kennt ihr, ja, so, Joe Rogan, der hat mal in einer Folge gesagt, ähm, dass der Mensch sich ja auch soweit schon entwickelt hat, vom Neandertaler bis jetzt, bildlich gesehen, Neandertaler war quasi Hulk, ja, und jetzt der Mensch, wie er schon zerbrechlich wirkt, neben dem Neandertaler, der heutige Mensch, der Homo Sapiens, wirkt ja schon viel zerbrechlicher und dass es halt immer mehr in diese Richtung geht, dass wir quasi die Aliens, die wir heute zeichnen, die wir selber sind. Ja, ja, ja. Die werden wir selber sein, irgendwann. Ja, ja. Das wollte er damit so sagen, das fand ich ziemlich interessant. Ja, klar, weil wir weniger arbeiten müssen, brauchen wir nicht so eine Muskulatur, ne, der Kopf wird größer über... Auch die Geschlechtsteile werden kleiner. Ja, ist nicht schlimm. Was für kleiner? Die Geschlechtsteile werden dann kleiner. Ah, schade. Du brauchst ja keine Hoden mehr, du brauchst ja auch nicht mehr fortpflanzen, also es würde sich die Natur dann auch anpassen sowieso, wenn es soweit ist und durch diesen Transhumanismus, gut, da hast du eh keine Geschlechtsteile, weil... Oder du bastelt halt dann, je nachdem, wenn du Bock hast, machst halt eine Riesenkanone ran, weißt du? So, wenn du sagst, ich bin jetzt hier, der weiß ich nicht was. Ich meine, man sieht es ja jetzt auch, also es gibt ja, ich meine, ich habe nur von diesen Studien gehört, dass zum Beispiel bei Männern so der Testosteronanteil zurückgegangen ist, ne? Genau. Und es hat bestimmt auch ganz viel damit zu tun, dass es immer weniger körperliche Arbeit für Männer gibt. Einfach aus der technologischen, also es ist ein Aspekt von vielen Aspekten. Die Welteinschlüsse wird auch noch da... Ernährung, aber auch Ernährung, was in unseren Lebensmitteln drin ist und so, wie viel Plastik wir mit unserer Ernährung mit aufnehmen. Das spielt alles eine Rolle, aber ich kann mir auch vorstellen, dass eine große Rolle spielt, dass es nicht mehr so viele körperliche Arbeit gibt oder dass es nicht mehr so viele Männer gibt, die sich extremer körperlicher Arbeit hingeben, wie es noch vor 150 Jahren war. Also bei uns hier in der westlichen Gesellschaft auf jeden Fall, ja. Das vermerkt... Nee, ich meine, bei uns in der westlichen Gesellschaft auf jeden Fall, ja. Ja, ja, weil da haben sie diese Tests, ne? Ja. Die Kurve abnimmt. Genau, bei uns im Westen natürlich, meine ich, genau. Genau, da spielt voll vieles mit rein, klar. Weil, guck mal, wenn du jemanden hast, der 40 Jahre lang auf dem Bau arbeitet, ja, oder, keine Ahnung, Industrie-Taucher ist oder Fassaden-Klässler... Industrie-Taucher voll hart. Ja, also, der wird einen ganz anderen Testo-Gehalt haben, meiner Meinung nach, als jemand, der 40 Jahre lang im Büro sitzt und vor dem Computer. Wenn der nicht Sport gemacht hat oder nicht auch auf eine Ernährung achtet, safe. So, verstehst du? Dann hol mal so einen von der Bohrinsel runter, dann weißt du, okay, alles klar, Bro. Genau, das ist halt... Das ist krass, Mann, Transhumanismus, ey. Dass wir mal irgendwie da hinkommen, dass sowas wie Terminator oder so... Das ist ernst, ja. ... oder Ghost in the Shell wahr sein kann. Das ist wirklich, da soll es hingehen, das meinen die Ernst. Da geben die Milliarden da aus, wenn da vorschehen. Ich finde das wirklich sehr interessant und... Es ist wirklich. Das ist der einzige Weg für uns als Menschheit weiter zu existieren. Weil was ist wegen der Umwelt, wenn die komplett im Arsch ist? Dann kannst du... Der Mensch ist ja auch connected mit der Umwelt. Du kannst nicht überleben. Wisst ihr, wie oft es einen Artensterben gab auf der Erde? Vier. Vier. Oder drei? Nee. Als der Meteorit Chicxulub, hieß der, reingeknallt ist, da im Golf von Mexiko. Das war ja der letzte, ne, wo die Dinos ausgestorben sind. Davor gab es auch schon zwei oder drei Artensterben, ohne dass was reingeknallt ist. Aufgrund der Veränderung der Umwelt. So viel CO2 wurde von der Erde selbst produziert, dass alles unter... Man sagt, nee, es gibt immer so beim Artensterben, gibt es immer so die Norm, alles über 20 Kilo stirbt. Ja, alles unter 20 Kilo kann auch irgendwie überleben. Kann sich eingraben und so weiter. Das gab es schon dreimal oder viermal auf der Erde, bevor es uns überhaupt gab. Also so schnell kann das gehen. So, und der Mensch, wer da mit drinne, wir sind da meistens über 20 Kilo, wir werden davon betroffen. Und das wäre so eine Sache, zum Beispiel so eine Transhumanismusgeschichte dann, wäre eine Möglichkeit, auch solche Seuchen oder Naturkatastrophen oder komplett, wenn die Pole sich verschieben oder was auch immer passiert, auch durch Veränderungen im Sonnensystem zu überleben. Ja, aber weißt du, da haben wir ja auch wieder den nächsten Punkt. Du sagtest ja, wir haben dann vielleicht nicht mehr die Möglichkeit, also nicht mehr die Wahrscheinlichkeit, an Krankheiten zu sterben. Aber wie gesagt, diese Computerviren oder auch äußerliche Einflüsse, wie das mit der Sonne. Also die Strahlung, die ja unsere Transistoren und so weiter kaputt machen kann, das ist ja auch nochmal so. Das kann passieren. Schwung gehen ist dann auch nicht mehr erstmal. Da muss der Mensch wieder etwas dann auch entwickeln, ne? Da muss er sich so einen Schirm bauen, quasi, ja, so ein Schutzschild bauen, was er dann aktivieren kann, dass er dann vielleicht vorhin, also so einen elektromagnetischen Pol sich hier bauen, wie das elektromagnetische Feld der Erde, aber verstärkt für den Körper, was es dann halt abprallen lässt, die Sonnenstürme. Das ist halt krass, selbst wenn der Körper stirbt, in dem du da gerade drin bist, ist dann auf deinen Backup irgendwie nochmal dein Bewusstsein gespeichert, so a la NAS-Server, so weißt du, wir haben so eine Sicherungskopie da irgendwo abgelegt. Aber was ist, wenn du im Nirvana landest dann? Weil dein Bewusstsein ist doch da, dein Körper ist ausgeschaltet und du bist im Nirvana mit deinem Bewusstsein. Du kommst nie wieder zurück. Ja, aber guck mal, wenn du findest, wenn du dein Geist am Leben hältst, dein Bewusstsein am Leben hältst, heißt das ja noch lange nicht, dass dein Bewusstsein nicht durchdreht. Naja? Naja. Also richtig durchdreht, also das ist ja, also das ist crazy. Das wäre, das wäre crazy, wenn du dann... Weil wer soll dir helfen? Wer soll dir helfen? Boah, das ist krass, Alter. Wenn du eine verrückte Maschine bist, oh meinst du, wir haben einen neuen Film, halt. Wenn du eine verrückte Maschine wirst. Ja, so ein bisschen wie bei Interstellar. So, wenn der da so kommt und so nicht hier ist und nicht da so und irgendwie... Da gab es auch einen Film mit Johnny Depp, Transzendenz. Der Titel sagt es auch, da ging es auch genau darum, da hat er selber sein Bewusstsein in der Cloud geladen. Echt? Ja, ja, Transzendenz mit Johnny Depp. Guck's mir mal an. Ja, guck's mir mal an. Ja, und dann hat er es geschafft irgendwie, ne? Sein Bewusstsein war in dem Computersystem drinne und dann später konnte er durch, mit seinem Bewusstsein, aus seinem Bewusstsein heraus auch einen Körper bauen, der aber so aussah wie er als Mensch. Aber er dreht durch. Übrigens, er dreht durch. Ja. Das ist zum Beispiel bei ihm so. Er hat sein Bewusstsein, dreht er durch. Ja, ich glaube auch, dass sowas passieren würde, wo Mike dann sagte, Turmbau zu Babel und so weiter, dass sowas würde dann passieren, weil das ist nicht... Natürlich, dafür sind wir nicht ausgelegt als Menschen und ich glaube, dann würde wahrscheinlich auch sowas passieren, dass man verrückt wird oder so mit der Zeit. Das ist das, was Black Mirror auch fast sehr häufig in den Folgen thematisiert, genau solche Sachen zum Beispiel. Die Serie Black Mirror kennt ihr ja. Ja, ja, nicht stark. Und genau, die thematisieren total oft sowas. Woher kommt denn das? Das ist halt total Thema. Das ist halt auch so die Richtung, wo halt auch viele Quantenphysiker und Physiker und solche Elon Musks, sage ich mal, ich kenne die Namen halt nicht in allen Dingen. Zwei Quantenphysiker und Elon Musk. Ja. Ich weiß nicht, ob er ein Quantenphysiker ist. Nee, so Elon Musks, so die Typen wie er. So die Typen, das ist ja deren Vision. Ja, weiß ich ja. Weil die kacken sich ja mal ein. Die kacken sich ja permanent ein. Ja, würde ich aber auch, wenn ich der reichste Mann der Erde bin. Ja. Würde ich auch nicht sterben wollen. Ja, siehst du, der wäre der Erste, der erstmal sein Bewusstsein in der Cloud lebt. Deswegen forscht er, natürlich. Er wäre Turbo-Kid. Er würde seinen Körper und sein Bewusstsein in so ein Tesla-Auto reinballern. Also würde das Auto unterwegs. Jetzt sind wir bei Transformers. Okay, Jungs, ich würde mal sagen, in diesem Sinne, der Transhumanismus, mal sehen, wie viel wir davon noch mitbekommen. Wie viel das noch in den Medien irgendwie präsentiert wird, sei es Boston Dynamics und keine Ahnung, wie die ganzen Unternehmen heißen. Ja. Aber vielleicht hat es euch ein bisschen interessiert, was wir zu sagen hatten. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Gedanken dazu. Schreibt uns sehr gerne in die Kommentare. Richtig. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und ja, schickt uns auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, neue Gesprächsthemen zu. Wir sind auf jeden Fall sehr offen dafür. Richtig, auf jeden. Und in diesem Sinne, Transhumanismus. Bis dann, Leute. Haut da rein. Haut rein. Bis dann, peace. Bis dann, bis dann.